Es ist nicht so cool, der Kotton. Ja, ich brauche auch Hilfe, wenn ich das durchfahre. Help me for alone. Warte, warte. Forever alone. Help me. Ich weiß gerade nicht, wie ich spiele. Ich weiß nicht, wie ich spiele. Ich weiß nicht, wie ich spiele. Ich weiß nicht, wie ich spiele. Wenn du bist, kann ich spielen. Einfach hier klatschen. Ich lasse jetzt mal irgendwo raus. Ich lasse dich an wieder. Das ist so gut. Ich weiß nicht, wie ich sage. Ich denke, das ist so gut. Ich glaube, das ist geschnitten. Ich weiß nicht, wie man versteht. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Die Tür geht zu. Da war was oben. Oben war was. Irgendwas rotes. Das habe ich gesehen. Was ist das? Ich habe ausschlüsselt. Das ist... Oh, keine Ahnung. Was ist das? Da hinten liegt was. Das ist von Distract. Aber was das auch immer ist. Das ist das rote. Du wirst vergast. Du wirst vergast. Du wirst vergast. Du wirst vergast. Das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, ist mir gerade aufgekommen. Ich bin tot. Hallo. Hallo. Ich weiß, dass ich tot bin. Ich will auf weiter klicken. Wir wissen, dass ich tot bin. Die Hand sieht übrigens geil aus. Ja. Trotzdem will ich weitermachen. Ich glaube nicht mehr an. Du kommst also. Ich glaube, du musst das Spiel neu starten. Wackele nicht so rum. Aua, 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 Aua. Kopf, 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 Kopf. Mein Kopf vor der Rippie. Ich mache mal kurz Pause und fix das Ganze. So, was haben wir denn da? Weil die so viele Irren anstatt. Du redest so leise. Rede lauter, du Fucker. Du Fucker. Ich rede so wie es mir geht. Nö. Jetzt versteht man dich nicht mal. Man versteht dich auch. Warte, kannst du hier nicht putzen? Also schäme dich. Also hier einfach. Nee, da würde ich schon nicht dran gehen. Du bist doch vergrast. Sonst kommt die Pestung an von dieser Tür. Ja, aber da war doch ein Stuhl. Ja, Mann. Du wirst dich für Pestung werden. Außer du bist gleich raus. Ja, du bist gleich raus. Nein, das ist gleich. Bloß mal so. Ich muss noch Schüße jetzt gehen. Warum? Du darfst dich da nicht rein gehen. Das war ne Falle. Scheiße. Das war ne Falle. Scheiße. Das war ne Pfanne. Das war echt schon so bestimmt gedacht. Neu starten. Ich glaub du musst nochmal neu starten. Die liegt. Der Keller. Bonny, 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 Bonny. Bonny, Bonny, mir Geschichte hab ich offen. Dann... Location. ETF. Dann lauf ich die erstmal gerade aus. ETF. Ich lauf da auch rein. Ins Pissklor. Ja. Ja. Du Scheiße. Du Scheiße. Du Scheiße. Du Scheiße. Du Scheiße. Aufheben. Und aufheben. Und aufheben. Du Scheiße.